Servus und herzlich willkommen wieder bei dem Projekt Rainbow Six Vega 2 wo wir stehen geblieben sind und zwar haben wir hier bei Poseidon aufgehört und sind die ganze Zeit gescheitert ich habe das Video so geschnitten, dass man das nur die anderen Levels sieht. Hier sind wir gescheitert bei dem Video und dann werden wir sofort auch hier weitermachen und werden uns anstrengen, das halt zu schaffen. So, die Freizeit macht wieder auch realistisch, 20 Minuten, da gehen wir uns mal 30 Minuten, so. Ja, das wird lustig werden. Genau. Okay. Okay. Dann muss ich kurz mein Phantom mal live machen. Nicht lauter live. Okay. Ich nehme mich gleich wieder hier hin. Ich bin jetzt wieder halbwegs eingespielt. Schaut vom Ton aus, das ist Mist. Da. Ich will das hören, muss ich. Das kann ich nicht reagieren. Ich habe mich selber geblendet. Na komm, zeigt euch. Da schiebt einer durch die Mauer. Ich brauche Unterstützung! Was? Oh Gott! Verkappen! Hilfe! Wir sind hier! Wir sind hier! Ist der tot oder was? Ja, ich schlufe es dort nicht hin, Junge. Na, Kälte sie an die Wand! Mann, beeil dich schon mal! Das war mein Freund! Ja, er hält da ein ganzes... Lass mich verarschen, Leute. Das ist ein bisschen... sehr, sehr mysteriös. Der Wusel ist jetzt da oben auf eine Stelle rum. Komm mal runter, du... Terrorist. Oh, Ida hat sich weggebohrt. Ja, genau. Das hast du gut gemacht. Oh. Jetzt sind die eigentlich alle aktiv. Du bist jetzt zu dir gekommen. Wir haben jetzt ein Blutzen! Wieder kurz mal sitzen! Sterb! Ich wollte das nachlesen. Ah! Ja, okay, so kann man jemanden auch töten. Na komm, zeigt euch! Stürze ich dir! Da ist einer! Oha, ich bin angeheatet. Oho! Und wo sieht einer rum? Ja! Jetzt soll aber runterkommen. Hm. Jetzt komm runter! Ja! Taktus. Wurde! Ja! 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 Hilfe! Na komm, zeigt euch. Glaubt, wir kriegen Gesellschaft. Wir haben Besuch. Zielt auf ihren Angriff. Ja, es waren zu viele. Komm. Ich mach dich fertig. Schalam! I, der hat sich dahin gebieht. Ja, ich will. Okay, du bist da, aber der ist schon wieder da. Lass mal nachladen. Herr Starobut! Ja. Sterb! So, das war's mit dir. Ja. Ja. Ah, da erhebbar. Nachwarten Boah ey Wer hat die Zentranade geworfen? Wer ist keiner? Komm zeigt euch Ich bin im Weg Willst du Schläge? Hör sofort damit auf! Oh sorry Was war das denn so ein Bug? Ich mach dich fertig Ja mach das Schwein fertig Wache Da läuft sie irgendwo rum Perfekt Perfekte Zusammenarbeit Du hast noch mehr Kills gemacht aber Ich bin dafür Hab den Rücken eher gedeckt Als dass ich dann großartig damit neigestürzt bin Ist ja auch kein Problem So jetzt haben wir die übel Schlimmste Aber die haben wir auch letztens zu zweig geschafft Wo die anderen einfach rausgegangen sind Ich weiß wo ich mich hinstellen muss dann Dass ich damit Verstress saufen kann Ja aber einfach müssen wir hier ein bisschen aushalten Mach du Seite ich mach die Seite hier Scheiße Warum kommen die denn jetzt nicht? Rennen zu dir So Da kommen laut näher Dann Colleg Scotland Sehen Mö Mö Tsai Baban Sold Zou Ding 온 Das Na komm, wo ist alter? So, ich rücke zu der einen Stelle vor. Ich gucke auch, dass ich mit Vogel rückt komme. Das ist eine scheiß Position. Alter. Steh mir da jetzt nicht ab. Ja, ich versuche mein Bestes. Ja, die schießen durch die Haltigkeit genau. Ja, das ist klar, da kannst du auch durchschießen. Ich bin gleich wieder da. Achtung. Ich muss gucken, dass ich eine andere Position habe. Ich wollte gerade auf dich schießen. Ich muss nachladen. Warte, du musst nachladen. Dann gucke ich, dass hier genau kommt. Ich bin fertig. Hm. Was habe ich jetzt mit einem Halt? Du kannst nicht gar so nehmen. Ich sehe jetzt. Warum treffe ich den denn? Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Das muss nachladen. aber das war das war oh ja also zur Immunität klar dann nachladen ich muss auch hinten nachladen du musst nachladen kannst du gucken scheiße scheiße musst du nur machen bei mir sinkt gerade 12 Stück noch logge ich nochmal an vielleicht kommen die angeboten scheiße nein verdammt ich bin gleich wieder da okay ich bin gleich wieder da ich bin gleich ich bin gleich ich bin gleich ich bin gleich oh mein Stück na los na los mal sehen wo die kommen ja Die sind irgendwo da in der Halle drin Ich hab's gehört, die sind jetzt unterwegs oder? So jetzt kommen sie wieder Nur nach 8 Stück Na komm, zeigt euch Perfekt Du, er schießt die da alle Er schießt Das ist gut, wir sind sehr, das war sehr gut jetzt Und das nur zu zweit So Da rennt einer Ich muss aufpassen, dass er nicht dort kommt In der Reise, in der Ecke ist vorne gerne einer Ach, da kommt noch einer Da ist noch den Holz da Sterb So, das war's mit dir Gut, er ist tot Ich versuch vorzurücken Jetzt sind wir wieder da Ja, jetzt kommt er Ach, mach mal Na komm, zeig dich Ja genau, schießt durch die Wand Alter Ich hab sie verloren Können nicht weit sein Ich hab sie mit mir Ach, da kommen die Ich bin schon mit ihm Ich bin schon mit ihm Und hab ich geklappt Das kann ich durch Ich bin schon mit dem Holzbrett herrn sehen Nicht nur nachladen Ich muss nachladen. Ich komm da raus. Mit der Tür. Ach scheiße. Falsch angedehnt, aber falsch in der Ecke. Ich dachte mir eigentlich, dass ich scheiße bin, dass ich da rauskomme. Warte so, ich bin wieder da. Jetzt kann ich... Oh, ich bin kein Zeug. Warte so, ich bin wieder da. Warte so, ich bin wieder da. Ich muss mich in eine andere Position irgendwie finden. Ja, ja, sie sind hier. Die kommen da raus. Da kommt einer aus der Tür raus. Die aus dem Fenster. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Ich muss gucken, dass ich das denke. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Na komm. Jetzt kommen sie wieder. Ja komm wieder zu mir, ich dachte da hinten verreckt. Ne, ich bin jetzt in einer guten Position. Eben nochmal kurz anbauen. Brandgranate rausholen. Wo sind die? Ich weiß jetzt schon, ich bin gleich tot. Die wollen einfach nicht reagieren. Uh, uh, uh. Ne, 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 ne. Ich mach dich fertig. Wir sprechen uns noch. Da rauskommt kann ich ein Arsch. Du hast es nicht anders gewollt. Du ein dämlicher Mistkerl. So. Ach, nur rennt eh mal. Oh! Oh, er war gerade immun. Er hat volle Pisse. Ja, er hat volle Pisse. Ich hab das, was ich hier mit Abstand mit irgendwo platzieren soll, dass die mal immun sind, dann bist du zu tot, da die Immunität haben. So, ich geh da nochmal kurz hin. Ich lock die nochmal kurz an. Komm wieder. Ah, da ist jemand, zeig dich. Wo rennst du hin? Na komm, zeig euch anderen auch noch schnell. Will ich nachladen? Will keiner mehr kommen. I'm going to be holding it. Kaum gehst du irgendwo in den Raum rein, ist da einer und Sie sind schießen! Na, das muss man aufpassen, weil ohne wer ist. Wo wo die alle rumrennen? Da hab ich das nicht gesagt, da kam gleich einer um die Ecke. Achtung, bleib! Oh, der hat noch geschossen. ALARM! Ah, da ist immer, da ist immer. Oh, oh, wo aussteht! Ich hab einen Haufen von denen jetzt. Alter. Das hat die Sau verdient! Ein Glück! Das ist gut gelaufen, da haben wir jetzt drei Missionen geschafft, das ist doch sehr gut. Dann werden wir ja erstmal Cut machen. Ich hoffe es hat euch heute gefallen, wir haben uns diesmal richtig konzentriert, vielleicht sollen wir es immer tun, aber diese Konzentration ist halt nicht immer da. Ja, und dann hört man sich bei den nächsten Videos. Tschüss! 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 Tschüss!